Das V-2-Entwicklungstil, angeführt von Werner von Braun, setzte sich von Wiedemann in der Wiener. Sie stießen in das deutsche Kernland vor, in die Nähe der Amerikaner, des Nazi-Wissenschaftlerjägers, Robert Steyer. Ihr erstes Ziel war Nordhausen, mit der streng geheimen Unterwärmischen V-2-Entwicklung in Mittelberg. Es war die Stadt unter dem Verbreitungsrund, der Rutschmann-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Land.